chanets ahoi deine suchten abonnenten scheinen kein ende zu kennen wer wird zum contentmacher mit den meisten abonnenten auf der welt 5.000 abonnenten brauchen wir ja servus und herzlich willkommen zurück hier zu youtubers live fantastisch das video ist perfekt hoffen wir nur dass es bei meinen zuschauern auch so gut ankommt danke dani okay schauen wir beim zielen spielen zu aufgabe abgeschlossen sehr schön ähm so chanets ahoi deine suchten abonnenten scheinen kein ende zu kennen wer wird zum contentmacher mit den meisten abonnenten auf der welt ach ok 5.000 abonnenten brauchen wir wir legen uns nochmal eben schlafen der hat ja eine wohnung der kommt noch die ersten eindrücke sind immer äh der erste eindruck zählt also weißt du was du zu tun hast haut deine abonnenten mit einem guten anzocker video aus den socken leider ein anzocker video hoch haben wir denn was da da ich verkaufen du mir nicht niedrig niedrig hoch na komm machen wir das mal preview preview gameplay preview fortsetzen das bleibt alles so bestehen weiter so dann müssen wir gleich mal eine runde schlafen spiel laden formelle begrüßung nehmen wir da hauptmenü lustiger kommentar hm du bist während eines kampfes ein level ausgestiegen aufgestiegen aufgestiegen ratschlag spiel intro so nehmen wir das mal aufnahme abgeschlossen ok dann laden wir mal alles hoch ändert äh rendern akzeptieren und hochladen schlafen so einmal eine runde schlafen so abgeschlossen gut dann wollen wir da gucken natürlich gucken hier dass wir hochkommen Daniel ein anderer youtuber hat eine parodie deines letzten videos gemacht lass dich nicht verspotten und tu etwas äh kritisier das video einige deiner vorletzenden abonnenten bei dem anderen youtuber und sie mögen dein verhalten kein bisschen jetzt sind sie auf dich sauer ok hm toll das gaming video haben wir denn das ne haben wir nicht dann machen wir davon auch noch eine folge da kommt doch gameplay fortsetzen aufnahme starten weiter kommentar moderieren die ersten eindrücke sind mir immer wichtig sehr gut teile dir eine wohnung studentenleben da müssen wir auch noch was machen ganz klar das werden wir auch noch dürfen wir nicht vergessen moderiertes video du kannst die kommentare lesen ok ok essen dann werden wir irgendwas essen schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell sieht das doch relativ gut aus spiel auswählen komm machen wir nochmal ein video preview hm fortsetzen naja ok aufnahme weiter komm mach aufnahme ich will mir abonnenten haben formelle begrüßung guru vorschlag zusammenfassung des spiels und sechs du hast ein verstecktes item gefunden lustige kritik spiel intro lustiger kommentar so dann machen wir das doch mal hier titel wählen fuchs weicher fokus farbe zuordnen rennen akzeptieren so und hochladen du spielst jemand ruft an du spielst dieses spiel bei dem man bonbons kaputt machen muss das dir so gefällt aber man level 474 ist einfach nicht zu schaffen um leben bitten abonnenten abonnenten können diese nachrichten einfach nicht mehr sehen und sie haben und ein paar haben aufgehört dir zu folgen mit 10 prozent abonnenten oh nicht gut reden was willst du denn bitte eines freundes hallo mein computer ist kaputt gegangen ich kann eines meines videos nicht bearbeiten aber ich habe gehört dass wir darin ziemlich gut sind sonst könnte es erst für mich hochladen ich werde dir das spiel dazu schicken ok machen wir dann noch tisch glatt ok 600 euro bekommen wir dafür hallo dann ich habe gehört ja ok das ist klar von epic cheese kit für super mantendo ah für super mantendo für unsere konsole cool akzeptieren ok ja schickt das wenn er zu hause ist das ist gut dann werden wir nochmal hier ja ich wollte gar nicht essen ja nein gerne ja na toll öffnen so da haben wir das spiel sehr schön auftrag preview müssen wir eine preview für machen er geht jetzt in die schule die mutter will was von uns wir sind gerade in der schule am lernen arbeiten 0 von 3 also müssen wir jetzt auch arbeiten gehen die schule hat angerufen und mir gesagt dass du schon eine menge in dieser woche verpasst hat lass den computer mit der ecke stehen und lerne mehr ja wir waren doch gerade in der schule wir kommen doch gerade zurück mann soll mir holen schlafen und essen schlafen tun wir jetzt dann werden wir jetzt die preview machen spiel auswählen super mantendo preview fortsetzen so dann machen wir dafür die preview spiel laden formelle begrüßung bap 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 zusammenfassung des spiels fachlicher kommentar das das wirkt sehr gut du hast ein verstecktes item gefunden lustige kritik sehr cool und hauptmenü philosophischer kommentar alter schwede dies wir waren die gut dann einmal alles machen äh farbe zu orten machen wir auch erinnerpunkt der titel wählen und weiter fokus machen wir auch kommt rennen akzeptieren dann werden wir hoffen dass das gut läuft ein video hochladen dann gehen wir jetzt nochmal in die schule damit wir das hier auch hinkriegen mit der schule dass das kein problem wird dass die mutter da keinen strich durch die rechnung macht und irgendwie den computer entfernt oder so das wäre gar nicht gut so wie sieht es denn aus eigentlich mit dem geld missionen ah da kommt jemand da will irgendjemand was von mir wahrscheinlich die freundin war das ne reden hallo dann ich möchte dich heute abend gerne ins kino einladen ich habe keine großen erwartungen aber ich habe gehört der film so großartig sein kommst du mit na klar heißt wir werden jetzt ins kino gehen noch sehr coole sache wir haben nichts da an klamotten großartig das kommt alles noch zum event gehen gehen wir mal zum event zum kino und werden es da umschauen so in dem sinne erstmal danke fürs zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder guck mal was sie wollen hier im kino dann reden wir weiter bis hin servus und tschüss